Der größte Tag deines Lebens. Wie viele von Ihnen wissen, ich habe diese Pressekonferenz einberufen, um bekannt zu geben, an welchem College ich Basketball spielen werde. Ich hatte viele tolle Angebote, aber es war schon immer mein Traum, an der Duke University zu spielen. Und ich beabsichtige, dort hinzugehen. Aber... Naja, mein Vater hat gesagt, heute wäre der größte Tag meines Lebens. Und du hast recht, Dad, so ist es. Aber nicht wegen des Basketballs. Denn heute habe ich erfahren, dass meine Frau Haley schwanger ist. Und auch wenn es eine große Ehre ist, auf der Duke University spielen zu dürfen, habe ich Ihnen heute Folgendes zu sagen. Wo ich Basketball spielen werde, wenn ich Basketball spielen werde, ist keine Entscheidung mehr, die ich allein treffe. Es ist eine Entscheidung, die ich gemeinsam mit meiner Frau treffe, und zwar im Sinne meiner Familie. Und wenn es soweit ist, werde ich Sie das alle wissen lassen. Tja, meine Frau kann heute bedauerlicherweise nicht hier sein, daher möchte ich ihr noch unbedingt etwas sagen. Haley, ganz egal was passiert, wir bewältigen das gemeinsam. Aber ich verspreche dir, ich war bisher niemals glücklicher. Und alles wird ganz bestimmt gut. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Danke. 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 Danke.